Leute, die Typen spawnen immer weg von mir, ey. Keine Ahnung, was da abgeht hier. Panzerung. Panzerung. Hier müssen wir hin. Und was gibt's hier? Boote. Ja, Fail. Ich würde mal sagen, raus. Ich bin ein Postboote. Postboote gibt's hier, haha. Ah, da kommt er doch durch. Ich schufe mir erstmal Rüstung. Wobei die mir eh nicht viel bringt, weil... Ähm, die kommen gleich und ich hab nur ne Pistole. Pistole. Ja, das nennt sich, äh, Dialekt. Oh, da ist M4. Geil, die hol ich mir. Fuck, da kommen sie ja schon. Schwimm zum Boot. Achso, ich soll zum Boot. Ich soll zum Boot. Was soll ich am Boot, Alter? Wir müssen mit dem Boot wohin fahren. Ja, guck dir die Lappen an, Alter. Das sind richtige Lauchs. Kein Skill und so, wenn ich da am Abhauen bin. Und ich hab ne Pistole und die kommen mit SMG. Steig halt ein. Ja, steigt er getült ein. Wir sind in jedem Fall, steigt er getült ein. Guck, äh, ist da so am Ballern und er fliegt da so ins Wasser. Da quasi. Was? Ich dachte, ich hätte, ich hätte noch ne Chance mit, mit dem einigen zu gelangen. Aber er ist weggekommen. Aber das war wirklich dumm, weil ich wollte mir unbedingt die M4 holen. Aber dann kam die ja und dann hab ich gelitten. Was? 2 zu 0. Was? Was? Was, Alter? Kops und Gänster ist schwul, Alter. Ja, dann lass uns doch was anderes machen. Ja, ne. Mir gibt doch ne andere Runde. Eine für alle. Wir müssen nochmal machen. Nächster Versuch. Alles klar. Ich und iPhone. Ja, genau. Toll. Stopp, ich... Ja, genau. Haha. Ja, lol. Jetzt kommt Benutzsalam auch zu uns rein. Mal kaschieren. Boah, mein PC ist ganz schön laut, Alter. Mach so... Mach so... Wie so ein Storbsauger, Alter. Beschütze den Boss. Wer ist der Boss? Beschütze den Boss. Du bist der Boss. Du darfst jetzt nicht sterben. Ich bin der Boss. I'm the Boss. The big Boss. Ey, die wollte ich holen. Lappen. Krötze. Krötze miteinander. Okay, ich sollte am besten in Deckung gehen und ihr erledigt das Ganze. Da kommen die. Da kommen die. Lauf nicht so. Was? Lauf nicht so. Nicht dem Gegenüber laufen. Ja, ich bin grad am SMG holen. Pass auf. Zocki. Mann, Leute. Wo muss ich die Serie beenden jetzt? Komm her. Skull dich, Alter. Ich werde die Serie beenden. Loll. Ist da noch jemand? Wo muss ich hin? Zocki. 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 Boah, da ist ja noch einer. Was sagt man da Gesundheit? Da kommt noch einer. Danke, dass Sie so auf mein Kommentar eingehen. Dauern. Tja, die haben kein Skill, Alter, die Typen. Wieso kommen da so viele, Alter? Die waren noch vorhin nicht im Spiel. Lappen. Kommt der mit M4? Das ist... Komm, mach mal mit gleichwertigen Waffen und nicht immer nur so Low-Waffen. ganz ehrlich. Guck, war klar. Okay, hier. Bitte. Stuck healer oder wie der Depp heißt, Alter. Der war vorhin nicht da. Was macht der hier? Ich dachte, ich müsste nur zwei Leute killen. Aber nein. Und einmal wieder Fail. Boah, so was regt auf, ganz ehrlich. Okay, nicht so mal bei Kopf den Gangster. Das scheiße, ey, das. Wir machen jetzt noch einmal Kopf den Gangster, oder? Ja, das ist ja von alleine. Ja, das ist ja von alleine. Wie fährt der denn? Ja, über die Rampe. Oh, ist der dumm. Das war aber Fail, Alter. Der kann's nicht. Ja, der steigt erst mal fünf Stunden aus, nachdem ich F gedrückt hab. Ja, ist bei mir auch so. Alter, und Leben verloren natürlich. Sind die da vorne schon, oder wie? Warte, hol mich ab. Ich hab keine Knarre, ich hab gar nichts. Junge, fahr mich noch an, du Lappen, Alter. Jetzt musst du dran glauben. Lappen. Der Boss wurde erledigt. Ey, warte doch mal. Junge, warte doch mal. Ja, der Boss wurde eh erledigt, du guck. Ja, da ach' ich nicht drauf. Team Deathmash, Leute. Ne, 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 ne. Wieso wurde der Boss erledigt, Alter? Der Boss hat anscheinend keinen Skill gehabt. Der Boss wurde erledigt. Ja. Ey, lass mal Car-Jacker machen, oder wie der Kack heißt. Nein, das ist scheiße. Car-Jacker. 20 Minuten. Heute wird ordentlich aufgenommen. Scheiß drauf. Mach einfach. Ähm, stark. Standard. Wollten wir da machen. Hatten wir vorhin schon, aber gut, egal. Nö. Wir hatten Pistolen, nicht Standard. Vorhin hat irgendjemand gesagt... Nein, ich bin nicht bereit. Weg. Danke. Okay. Ganz schnell, Alter. Zum... Im letzten Moment. Grüße an Wadeschek. Valentin Scheckenbach, ich grüße dich auch hiermit nochmal. Was denn jetzt iPhone? Ich kann mich nicht entscheiden. Mach einfach. Hat mir voll wenig gehabt. Nicht schon mit der Precision, Alter. Aber das dann nur 5 Minuten. Gut. So. Herzi. 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 Herzlich willkommen zurück zu Let's Play gtf. Multiplayer. Ja. Und da ist schon der erste, den hole ich mir. Runter. Der Brennt! Der Brennt. Herr B düşünce réuss. Es ist doch Bre omega tan Ich hab gesagt der brennt. Du hast Schamppbachursel gelegt. Ah. Bleckenbach. haha. Junge stirb doch mal, Alter. Ich hab dich doch schon getroffen. Ey, will der mich verarschen? Geht doch, Alter. Boah hier wird scharf geschossen. Döner mit scharf. So wie sich das gehört hier am Raketenmatch. um vor sie und das zuhungern ja aber das war aber auch immer wieder an das gibt bei mir nicht an das geht bei mir nicht an zu haben stirbt mit aller Lappen Enrico da wieder lauf heißt Enrico Langelehrer Langelehrer so 12 er ist klar natürlich der ist anscheinend AFK benutzerlamm stirbt doch mal Junge ey klar der killt mich ist scheint als AFK zu sein und dann killt er mich ne Lappen alter einfach nur lapig die Sache hier was dreht die sich so behindert Darling ja sicher ich hab doch genau nehmt was für ne Kackspiel jetzt wird das schon wieder ja sowas ist einfach ist doch dumm bin ich echt schlecht alter guck dir die Lappen an wie sie hier scheiß benutzerlamm alter leck meine Eier alter so wie letztes mal hab ich auch gesagt leck meine Eier alter die Typen gehen mir einfach am Piss vorbei ganz klar am Piss vorbei ja das ist ein neuer Satz oh ich hab nen Krampf einen neuen Satzbau ahhh ich hab Korsil gekillt ich hab nen Krampf Fuß oh in dem Bein in der Warde so geht sag was hat das denn Korsil wie Korsil von Warde auch für Kiner ganz ehrlich ey wie killt der mich immer benutzerlamm denkt der wär der Skiller alter und vorhin hab ich ihn noch gekillt da sieht man ja mal im Raketenwerfen ist er ist er richtig skillig aber sonst kriegt er nix gescheit auf die Reihe muss man ganz klar sagen so das Raketenmatch kann ich am Arsch lecken ich hab ne neue Methode gefunden Kürtel Scheiße Nein 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 Du musst dran glauben wo da dran gibt glaubt da muss der dran glauben der schnischst gillig und da fliegt jemand Lappern na los wieso fuck this shit Alter bester Flug ever alter 180 ach mir ab der schlitzer jo guck mal was für Lappen alter Killstealer sag ich da nur zu was für ein Depp tut er sich selber in die Luft jagen um mich zu killen das ist ja mal richtig low anstatt dass man da mehr Messer an die Sache rangeht nö können sie ja nicht mehr ich bin gestorben deine Mutter ist gestorben keine Chance doch hab ich doch hab ich da einigst stille er war aber gestorben Enrico Pierre oder wie der Lappen heißt. Aha. Ich hab dich erwischt. Richtiger Lauch. Stottgears the Whale. Stottgears, was ist für ein schwuler Name, Alter. Enrico. Alter, wie bei Matrix, Alter, gegeneinander. Matrix, oh, da kommt er und denkt, der wär Skiller, Alter. Nein, nachladen. Ich hab keine Munition mehr, warte, warte. Nein. Jo, genau, wie killt der mich, Alter. Oh, du bist low, Alter, ein Krepier, Alter. Du hast so einen schwulen Namen, Alter. Den will ich nicht mal aussprechen. Hm. Der Name ist sowas von schwul. Na. So schwul spielt er auch, so wie er heißt, Alter. Nur zu lang. Da, da. Das war cool. Das war irgendwie scheiße, aber gut. Fürster, Alter. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste, hahaha. Ich ging raus, ja. Der hat's nicht verdient, ehrenwürdig zu sein. Ehrenwürdig. Ja. Mach jetzt Waffenstandard, ja. Waffenstandard, das hatten wir ja noch nie. Und ich guck mal kurz auf mein Handy, weil... iPhone-Pickups sind doch die, die Waffen, äh, Standort sind, ne? Ja, wie viele halt. So. So. Okay. Mates habe ich gecheckt, so sieht's aus. Äh, Dauer würde ich erstmal bei 15 Minuten machen. Ja, würde ich da auch belassen dabei. Oh boy. Ja, los geht's, würde ich sagen, oder? iPhone für 15 Minuten? Oder für 15 Minuten nur? Zehn. Ja, really. Ring, ding, 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 Z-D-Ring. Z-Ar-Mart. 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 Wieso Waffenstandard, Alter? Weil Digl. Weil Digl. Weil mit Digl habe ich kein Skill, das wissen wir. Und da ist er schon! Ich. Nee, nee, warte, das bin ich nicht, okay. Glückgaps. Du hast Glückgaps zur Kommando, da. Du musst dran glauben. Ja, nicht mal einen Kok hast du. Oh, was hast du eigentlich immer mit deinem Kok und so? Kok Commander. Ja, was sag ich denn mit meinem Kok? Kannst du mal gescheit meinen Namen aussprechen? Ich sag ja auch nicht immer, ich sag auch iPhone. Ich hab nicht mal jetzt Kok Commander, ich hab jetzt nicht mal Kok im Zusammenhang mit Kok Commander gesagt, sondern einfach nur Kok im Sinne von Kok. 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 Richtig. So. Ähm, wo ist der? Lappen, camp der auf dem Dach. Campen ist was anderes, hier kann ich frei angeschossen werden. Das war aber campen. Campen. Campen? Er hat gecampt. Oh, ich will jetzt einen 4 oder sowas. Gibt's nicht. AK gibt's. AK mag ich aber nicht, außer in MW3 und so. Äh, 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 mag ich aber nicht, äh, 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 äh. Ähm, so hab ich das nicht gesagt, aber gut. Die, wie die Japs sind. Er hat mit seinen Headshots, Alter. Ja, was sonst? Ich mach jetzt auch mal den Punkt, ich mach jetzt auch mal den Punkt, ich stell mir den jetzt ein. Ich hab nicht mal den Punkt, der Punkt ist dumm, weil man das nicht mal sieht auf mobilen Geräten. Äh, äh, was? Anzeige, Fadenkreuz, schlicht. Der Punkt ist für Videos, was du machen kannst, weil man den auf Handys zum Beispiel überhaupt nicht mehr sieht. Warum ist der Benutzterlamm so gut, ey? Ja, mach doch quasi laut. Ich hab auch gesehen, in seinen früheren, äh, GTA 4 Multiplayer-Folgen hat er das auch gehabt. Was denn? Ja, das, äh, schlichte Fadenkreuz. Ja, das ist aber dumm. Das ist gut eigentlich, wenn ich... Ja, das sieht man aber halt auf Handys nicht mehr zum Beispiel. Muss man ja auch nicht. Ja, doch. Die meisten gucken nicht auf Handy, laut meiner Statistik. Sauviele gucken wie auf Handy, laut meiner Statistiken zufolge. Boah, Headshots, Alter, Reflex. Damit kann ich es irgendwie doch. Muss ich jetzt mal öfters probieren. Außer bei Sturmwaffen, da ist es wahrscheinlich nicht so angebracht. Reicht so zu gehen? Den Punkt sieht man wahrscheinlich eh nur auf 1080p. Glaub' ich. Headshot für Z-Z-Rock, Z-Ammat. Not bad, ich bin deutsch gespast. Nichts.